So, nächste Runde Master-Bilder und ich bin schon ganz gespannt was das heutige Thema sein wird. Noch knappe drei Sekunden bis zur Auflösung. Ein Hähnchen. Ach du... Ja ne, ist klar. Super. Ach was schwarzes brauche ich auch noch. Ja ne, ist klar. Hoffentlich wird das nicht mehr eine Ente. Ach ja, aber das ist ein ziemlich fettes Hähnchen. So, jetzt noch ein bisschen hier hinten. Für das Schwänzsäcken. Na. So. Ah, lustiges Hähnchen du. Jaaaa, ich hab's gesehen. Naht Hals. Da das Köpfchen drauf kommt. Sieht irgendwie doof aus. Zweieinhalb Minuten noch. Hat mehr was von Ente, muss ich mal so behaupten. Jaaaa, ich hab's gesehen. Und da ist auch einer. Da kann noch ein bisschen was ran. Ah, bisschen Popf kann noch, ne? Irgendwo Knöpfe. So, so ein kleiner roter Kamm wäre vielleicht nicht verkehrt. Hm. Am besten rote Steine. Oder rote Treppen, rote Treppen. Gibt's leider nicht. Das ist ja 43 Sekunden. Vielleicht geht das ja. Ja, ich denke mal das geht auch. Das ist doch gar nicht so schlecht geworden, möchte ich jetzt mal behaupten. Es sieht zwar mehr nach einer Ente aus, als einem fetten Huhn, aber... Das ist doch auch ganz in Ordnung. Mit Bild heran zu arbeiten. Ja, okay. Sehr großer Kopf im Vergleich zum Rest. Ein Huhn mit Hintereingang. Ach, und da ist mein Gockel. Ja. Danke, Aishibubu. Ich wüsste gerne, was du hast. Das ist ja wohl ganz großer Mist. Was soll das sein? Ja. Selber nichts reißen können, ja. Ganz, ganz große Reden schwingen. Das finde ich irgendwie nicht. Jo. Man hat auch was von der Ente. Aber egal. Ist okay. Was haben wir hier? Hm. Ein bisschen krumm und schief. Und... Ich glaube nicht, dass das ein Ei sein soll. Ich bin mir sogar sicher, dass das kein Ei ist. Aber für die Idee... Ja. Oder noch... Ein Huhn mit blauen Augen. Wirkt eher wie Küken. Oh ja. Bananas. Ja. War es das? Nein. Da kommt noch was. Ah. Whatever. Von der Seite hat sowas vom Panzer, ne? Ja. Ja. Oder was? Ich bin vorletzter? Also. Leute, ehrlich. Das war ja wohl gar nichts. Also. Schaut das nächste Mal wieder rein. Vielleicht wird es besser. Ich hoffe es doch ganz stark, weil mit der Bewertung war ich absolut nicht einverstanden. Ich war nicht gut, aber ich war doch wirklich nicht so schlecht. Ja. Egal. Bis demnächst. Schaut wieder rein. Ich freue mich. Ciao.